Ich bin... ...Fucking Boop. Der Sprung, den schaff ich nicht, das Assi. Wie hast du den gemacht? Auf die Kante gezielt. Boah, dann will den danach schaff ich nicht. Oh... Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Danke. Ich hatte die Chance, die Info dazu. Ja, ist ja alles gut. Nein! Wer von euch war denn gerade an den Assi-Vierer-Sprung? Hi. Warum hast du denn da versucht, die Leiter mitzunehmen? Das geht nicht. Du musst den direkt nehmen. Ohne Leiter. Okay. Nächstes Mal um 10 Minuten. Ja, das ist jetzt halt. Och, Nils, Mann! Alles hält. Der Sprung ist ja easy hier. Ich hab übrigens beim dritten Versuch den Vierer geschafft. Zweimal gefällt, beim dritten hat's geklappt. Er sprengt nicht. Er sprengt noch, du kleinees Papier! Jeine, was? Oh. von mir heint und schießt er immer noch eigentlich muss mich ausrichten der sprung ist nicht machbar ich hasse sprung nur die nach oben gehen kann ich einfach gerade sprung machen oder vielleicht mal nach unten aber nach oben geht nicht das geht nicht man kann nicht nur um springen warum schlusser komplett durch jetzt ja alles durch zufall passiert ja aber ich verkehrt was ist das eigentlich jedes mal mit diesem einmal hoch springen auf dem block und dann da ist das ein 3 das sind jetzt alles die sprünge der letzte ist noch mal hart das ist jetzt der vier oder war es jetzt muss halt auf letzter rinne abspringen easy challenge nur kurz hast du belohnt uns essen was ist diese leider und ich hasse dich auch dass die leiter warum weil die einfach kaputt ist er springt nicht er hält sich schon wieder nicht fest warum ich kann was kann gegen dieses rutschen tun hat erst mal klären einfach anders auch dann springen den rutschen auch nicht so weit ach man weiße immer geschafft jetzt nur nicht das eine jetzt nicht meine ersten geschafft jetzt gibt es bei ich habe das noch mal wenn ich irgendwie eine regel einführen hat der letzte nur zehn versuche hat oder so nach fünf minuten oder so ist doch nur dabei oder nicht warum schaffe ich den kackschwung nicht jetzt schaffe ich den anderen easy sprung nicht mehr bei eben nicht machen lassen nicht weitermachen das doch kacke das echt kacke wenn die losste nix kann da ist das halt öde ich muss auf euch genug warten schockt so nicht ich rutsche hier wieder ab aber wenn sich was wiederholt ist halt auch öde er war noch mal fünf versuche ab jetzt ein ja 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 ich meine das ist jetzt der letzte versuch jetzt er vierte hier So, jetzt kommt der Letzte. So schwer war die jetzt nicht. Ja, wollen wir das jetzt irgendwie machen, dass der Letzte nur 10 Versuche oder so noch hat? Ich werde für 5 Minuten aber mir egal. 5 Minuten können aber long sein. Long, long. Ja, 5 Versuche können auch lang sein, je nachdem wie lange die Challenge ist. Ja, den lasst 5 Minuten. Ah, wobbel, wobbel, wobbel. Nein! Ich habe das hier eben im ersten Versuch geschafft, aber dann wurde ich halt gekillt, ey. Ah, blöder Nippel da. Nein! Oh, Gott sei Dank. Zack, 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 zack. Ach, das kann ich nicht machen zu schaffen. Oh, Guru Jump. Oh, warte, so wie mein Game auch immer genau das war. Ah, langweilig, äh, fuck. Ein bisschen Spasti. Oh, ich flutsche drüber. Oh, ich flutsche drüber. Oh, ich flutsche drüber. Oh, ich habe in die Mutter gerutscht. Die musste ein Eins hier machen am besten. Kommst du jetzt mit? Weil das halt ein hoher Dreier ist, ich weiß ja nicht. Wieso macht den da jetzt unmöglich? Ich hasse deine Mutter. Die hast du jetzt schon oft genug gemacht. und zack fünf minuten noch also bei 54 40 jetzt fünf minuten können lang werden ja und derzeit überlegen uns mal gespäß thema was ist deine meinung zu pädophile halte ich gar nichts von gut fertig was ist deine meinung dazu denn was pädophile krankheiten ist halt nicht so geil ist das eine krankheit aber wenn ja auch pädophilie ist natürlich krankheit und da kommt so weit ich weiß er komme ich das sagen alle jagen das darf ich sagen was ist pädophilie eine sexuelle orientierung ich würde sagen ja sind täte und homosexuelle denn auch krank warum nicht weil das einfach normal ist ja pädophilie ist halt gibt ja genug dafür dass die leute halt nicht strafft werden das auch gut so ja genau also ich rede jetzt auch nicht um die um die strafft hat nicht man dadurch verknüpft ist aber der grundgedanke ist doch halt okay der muss weiter springen halt die fressen das ist jetzt wirklich mal wirklich eine leichte challenge war die ist echt nicht schwer als durch ist ihr sie erst losgelassen oder gefallen bin ich ja auch ich hasse diese drei minuten noch ich rutsch da drüber was ist denn das weiß ich so unter den schuhen Mikrofon muted. Ja, dann machst du die Folgen, Emil. Oh, doch so lang. Oh, hei hei. Ich fahre... Wie bitte? Du Scheiße. Emil? Ich fahre schon wieder runter. Schau, dass ich sheep loslas. Ich habe mich vor dem ich ausgezogen. Ach Gott, Jesus... Warte, mach gleich. Ja, warte, ich ... Kettfinger auch gerade ein bisschen. Da Kommando nicht irgendwo eingeschweigert? Ja, ne, so haben wir nicht gebraucht, nachdem wir wieder beigemacht haben. Wow, hat der Nubble das ernsthaft geschafft? Ja. Wow. Eine Minute hättest du noch gehabt. Ich wollte dich aber nicht zu lange warten lassen. Sorry. Ja. Respawn drücken. Sorry. Das könnte Assi werden da. Obgeblockt. Sorry, ich wollte Respawn drücken. Er hat dich in Frieden gelassen. Jetzt sind wir quitt. Oh. Oh. Oh, Nils, ey. Oh, Kelle, ey. Oh, ich hab ne Hosen gefunden. Oh, ich bin aufm Bett gelandet. Hey, ich hab ne Diamante Hose. Platz. Schuhe gefunden, meinte ich. Oh, falsche Richtung. Warum spawnt man denn immer falsch rum hier, ey? Ja. Oh. Oh, was? Oh, Schiff losgelassen. Das war geil. Oh, Mann, ich hab den Schwung nicht mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist ein E-Mail eigentlich. Warum fahr ich den Instant runter? Was ist das denn? Oh, nur runtergefallen. Emil hat mich bestimmt nicht irgendwo runter. Der kämpft schon irgendwo. Oh, Emil. Oh. Ich fall schon wieder direkt runter. Ich hab einen Hintergrund. Bitte nicht, Emil. Bitte nicht, bitte nicht. Ich geh hier lang, du gehst ja noch runter. Oh, close. Bitte nicht, Emil. Frieden. Oh, spring auf so kleine Mullen. Jetzt sagt nicht Frieden. Oh, Jesus. Ach, ich spawne und fall schon wieder hinzu drunter. Oh, Ewe, das sind deine Sprünge, Ewe. Oh, neiii! Oh, ne! Oh, ne! Oh, da hab ich ja schon wieder richtig Bock drauf. Das geht glaube ich nicht. Hier werde ich aufgeben müssen. Die 5 Minuten, die werden nicht reichen. Pack auf. Warum bleiche ich nicht an der blöden Leiter hängen? Was ist das? Ich darf es einmal rumlaufen. Oh. Ewe, ich hab den jetzt vorgebracht, wenn wir uns das nicht machen. Oh, Shift losgelassen, runtergefallen. Nein. Oh. Ey, was? Shift losgelassen. Äh, ne. Shift losgelassen. Rechtsrum, Kelle. Rechtsrum ist einfacher nachher. Hi. Oh, ich bin hier eingeblieben. Ja. Hoi! Hohohoho! Hat er es geschafft? Nein! Oh, sozial. GZ, Emil. Du weißt aber immer noch nicht, wofür GZ steht, aber es ist ja ungeklärt worden. Congrats. Ähm. Schreibt mal, schreibt mal Congrats. Ja. Cheers. Was ist der Anfangsbestimme von Congrats? Nee. Das wird doch mit C geschrieben, oder nicht? Ja. Warum denn GZ? Congrats. Das klingt wie ein TZ halt. Und das G klingt wie ein P oder so. Achso. Achso. Grads. Ja. Congrats. Relations. Grads. Ist jetzt hier rum einfacher, oder hier rum? Da ist scheiße. Warte mal. Also ich bin jetzt von der Leiter wo du bist, bin ich einfach auf die andere Leiter gesprungen. Was war ich denn hier für ein dummer Umweg? Das ist einfach nur ein Zweiersprung. Woll ich auch machen, bin da aber nur in der Lücke hängen geblieben. Ich? Boah, ich bin schon wieder an der Lücke hängen geblieben. Das ist doch scheiße. Ich bin einfach nur hochgesprungen oder gefallen. Ich bin einfach nur an der Lücke hängen da, wenn ich den Zweier machen will. Was gebe ich denn noch so viele Spraysteen? Google doch mal. Ah, ich hol schon mal einen. Das 24 Stunden Rennen in der Monde. Habt ihr da schon Bock drauf? Wer ist jetzt dann vielleicht mit dem Team dabei? Oh Gott. Ich kenne noch einen, den ihr nicht kennt. Mach ruhig. Dankeschön, ich tue nichts. Das funktioniert nicht. Ja, ich bin jetzt hinten. Oh Gott. Ich kenne noch einen, den ihr nicht kennt. Oh Mann, das wird doch nicht funktionieren. Oh, safe call. Oh, zu weit. Aber man muss hier rum. Also ich hab da schon Bock drauf, Nils. Aber, ich habe das Gefühl, nicht alle im Team werden Vollgas geben. Beziehungsweise üben nicht vernünftig und dann wäre das nicht. Warte doch eben. I'm sorry. Och Mann, ich bin schon wieder hängen geblieben. Meinst du, Kelle macht das nicht? Doch. Kelle ist nur einer, wo ich glaube, wenn der ein bisschen übt, dann passt das schon. Danke, dass du diese auch noch hast. Warte. Auf soll warten. Achso, du. Ja, klar. Jetzt ist es ja so slow-mo unterwegs wie immer. Boah. Boah. Och Mann, jetzt huperdi habdi. Huperdi habdi. Huperdi habdi. Du fang! Von hier ja nur, oder? Huperdi. Oh, Horst, Mann. Oh, ich fall schon wieder im Sinn, oder? Was ist denn das? Ja, das war's.